Wer dann bei Chris irgendwo auf dem Discord ein Team zu holen? Ja. Ach guck mal, ich darf einfach... Hehehehe. Mit meiner Freundin. Jetzt geht's los, Allah. So, wir haben... Lights. Sorry. Wir haben die Lights. Die Leiche liegt im Reaktor, aber ich hab keinen daran glauben sehen oder so. Also ein Self-Report will zu sagen. Also... Riko war... Oder ein Self-Report will zu sagen. Ja, nice. Riko war die ganze Zeit in Elfman. Jo. Das... Also, Chris war ein bisschen heben, aber ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall noch in Elfman. Ich und Jax waren in Navigation. Ja. Also, ähm... Pyro und ich... Ich war da. Also, eigentlich waren gefühlt voll viele in Elfman. Ja. Es könnte ein Self-Report sein. Ein Elfman. Kann ich nicht sagen. Ähm... Ich weiß nicht, Lu, warst du auch fixen? Ja. Ich bin da lang gelaufen. Lang gelaufen oder gefixt? Also warst du nicht fix. Ich bin da lang gelaufen. Ich bin da lang gelaufen. Und dann bin ich da hoch gelaufen zu Reaktor, weil ich eine Mission habe, dann hab ich die eh... Dann hast du ihn gekillt und dann hast du reportet. Boah. Also, hast du nicht gefixt oder was? Nein, weil ich bin gefixt, weil ich da lang gelaufen bin. Ich wollte gerade rein, ich wollte gerade reinlaufen, aber dann war es gefixt. Wo die Kiefer scheißen soll. Ja, Self-Report ist. Das ist halt nicht safe, ne? Das ist halt nicht safe, ne? Das ist auch. Joel ist auch raus, leider. Ja. Wer hat jetzt Kiss und wer hat du? Luca. BAM! Du hast mich auch gekillt. Du hast mich auch gekillt. Das war die Rache, Baby. Erstmal Reaktor machen. Obwohl, Communications wäre vielleicht besser gewesen. Das heißt, Communications auch, dass man keine Lights mehr zücken kann? Weiß ich gar nicht. Wirklich? Das ging schnell sein. Jetzt machen wir mal hier und hier die Türen zu. Storage machen wir immer mal die Türen zu. Und Lecture auch. Dich? Dich? Das ist toll. Dich? 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, die war gerade bei mir, warte mal, wait, wer war noch da? Wer, wo, wo denn? Rico, Rico glaube ich war da. Rico war noch da. Wo denn? Wo, wo, wo? Bei Weapons? Bei Weapons? Also die Leiche, die Leiche liegt in, ähm, Edmund. Edmund? Ich war da nicht. Ich war da nicht. Okay, dann nicht, dann nicht. Ich dachte gerade, aber... Ich war mit... Ich war mit... Jax, Jax war mit Rico wo? Nein, nicht mit Rico. Aber ich dachte gerade, Poopy, Daze, keine Ahnung, Punkte, keine Ahnung, whatever, Pink, war auf jeden Fall am Anfang mit... Ja, mit uns, mit uns. Mit uns in Dings, deswegen... Weapons. Weapons, die sie schlusshaft machen. Ja, ja, da war Rico da. Ich hab diese... Ich bin eigentlich safe, weil die Aufgaben kann man bei euch sehen. Nein, bei Navigation. Das stimmt doch gar nicht bei Weapons. Bei Navigation, wo ich schon in Donnerform war. Ich muss da mein Download von vorn noch machen. Also Jax, Dollar und Rico waren Navigation. Ja, und Kröme kann ich auch ein bisschen sehen. Nein, wait, wait. Am Anfang waren wir da. Ich hab dann Dollar später getroffen, ähm, vor... Was ist denn das da mit der Funkzentrale da? Funkzentrale? Kommunikation, genau. Da hab ich dann Dollar erst getroffen. Kann ich auch mal was sagen? Kann ich auch mal was sagen? Kann früher auch mal ein bisschen sehen. Wir waren Navigation, diese Dinger verbunden. Okay, wo war Pyro? Ich war ja wie gesagt mal Diplomify Reactor. Ja. Er hat mir jetzt gesehen, wie ich den tanken habe. Wo bei Navigation war ich schon in Donnerform? Ich hab mal Reactor. Ja. Ich hab grad gesagt der Aktor. Reactoramt hat er gesagt. Nein, aber Rico hat doch grad gesagt, die waren gerade Navigation. Ja. Rico sagt ja, wir waren gerade Navigation, ja. Ich hab den nicht gesehen, ich hab nur Krümel gesehen, nur. Dolo waren die da? Krümel, hast du Rico gesehen? Ähm. Nein, ich skippe. Ich hab keine Ahnung. Ich skippe. Ja. Ich war zum Schluss electric, hör. Komm mal bitte einer mit in, äh, mit bei den Petersen. Okay, ich soll tagsend aus. Ja, ich hab das ausgestellt, ey. Lass das machen. Ja. Haha. Jetzt geben wir erstmal schon mit, Ben. Bam. Aber, muss ich die Aufgabe machen, ne? Oh, ist sogar da. Machen wir mal O2 an, baby. Wir sind beste, beste Imposter. EU West, endlich mal wieder richtig schön reinschwitzen hier. Das ist Lumi, er hat die Aufgabe gefakt, wie man sehen kann. Ja, das ist Lumi, der Lumi ist tot, würde ich auch sagen. Er hat uns auch zwei Metpay eingesperrt, das ist Lumi. Ja, aber er ist tot. Lumi ist tot, Alter. Achso, hä? Self-report! Das ist gar nicht so. Wie geil, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich habe einen Menschen-Singang, das war kein Sittenfot. Warum Lumi, wenn der tot ist? Ja, ich dachte, er wäre... Oh mein Gott, Alter. Bester Imposta, Alter. Ich habe es gar nicht gesehen. Aber er hat uns eingesperrt mit Pyrobladig, oder? Ja, keine Ahnung, ob er uns eingesperrt hat, aber wir waren eingesperrt. Ja, und der hat ja auch gehabt, Ducky Fakes. Ja, und deswegen ist er jetzt tot, weil er ein Imposter war. Ja, weil er ein Imposter war. Ja, weil ein Imposter war so tot. Ist auch Suizid gegangen. Lumi denkt nicht so, Imposter hat gar keinen Puck erstmal umbringen. Ey, was? Was? Doch. Wie geil, Alter. Hey, ich brauche uns. Geil, 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 geil. Mann, wir sind das Traumpaar... Ne, das Traum-Imposter-Paar. So nenne ich das. Traum... Traum-Imposter-Paar. Warte, ich gehe nochmal mit rechts. Komm, komm, mit rechts, komm, mit rechts. Wir holen uns jetzt in Alibi. Wir machen erstmal hier. Indie machen wir. Wir müssen noch einen Double-Kill machen, Katrin. Ich hoffe, du weißt das. Katrin, wir müssen noch einen Double-Kill machen, Mann. Okay, Lights können wir leider noch nicht fixen, aber wir haben... Alter, wir haben noch so unendlich Zeit. Guck mal, wie viele Tags die noch haben hier. Es ist ja unglaublich, Alter. Wir haben so viel Zeit, Alter. Wir haben so viel Zeit. Okay, die Tasten werden immer mehr, dass sie fertig werden. Wir können Lights wieder... ...lighten. Hier ist keiner. Wer wird der? Wo sind denn alle? Guck mal, den kann man... G, G, das Traum-Imposter-Imposter-Paar, Alter. BAM! Easy, Junge! Okay, aber nur wurde das gefixt? Wo das gefixt ist? Wo wurde das gefixt? Wo wurde das gefixt? GG, Mann! Und du hast gefixt? Nein, das hat er extra ausgestellt. Oh, moin! Ach so! Guck mal, das war doch die schönste, letzte erste Runde und Luca war als erstes Runde. Hast du verdient. Könnt ihr das anmachen? Könnt ihr das anmachen, dass man... Nein, nein. Das ist ja doof. Wir wollen ja ein bisschen Detektivarbeit machen hier, ne? Aber ich würd sagen... Ja, vor allen Dingen... Lumi ist ein Posterreich, ein Pog bringt sich selber um, Alter. Ja. 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 Ja.